Hallo und herzlich willkommen zu unserem Abonnenten-Special mit 20 Abonnenten. Wir machen so eine Art Trashnet, nur dass es gerade halb zwei ist und wir gerade aufgestanden sind. Und Lukas hat mir erzählt, dass die ganze Scheiße, also das hatten wir alles schon mal aufgenommen, dass es irgendwie nicht aufgenommen wurde. Deswegen machen wir das jetzt nochmal. Genau, von mir auch nochmal. Hallo und herzlich willkommen zum 20 Abonnenten-Special. Das ist ein, ich glaube ein Apple-Shooter in Rheiner, oder? Keine Ahnung, ist eigentlich so billig, das heißt wir werden den einmal spielen und nie wieder gefühlt. Ja, so etwa, wir haben den schon mal uns angeschaut beim letzten Mal. Und wir wollen jetzt auch nochmal anfangen. Genau, ich äh... Gideon Towers. Gideon Towers von Mr. Hassan. Ja. Ich bin rot. Ja. Na dann. Wie gesagt, ich hab keine Ahnung von dem Spiel, ich bin total an uns. Obwohl ich hab's jetzt einmal gespielt. Also, ich bin jetzt nicht einfach blind, επιhaftet der sich ja schon gegners, Gegners. Alter, ja, so sieht das dann aus Die Mausenfindlichkeit ist extrem Das war mein Kill Ah, ich hab einen gekillt Der hat ne Shotgun Ich hab ne Shotgun, hey Und ich renne in die Wand Und der snipet mich, lol Also entweder sind die totale Props drin oder totale Props Also das ist wie für jeden schlechten Ego-Shooter Es gibt nur zwei Kategorien Alter Hier sind voll viele Props hier Man muss halt Geld dafür ausgeben, wieder um gut zu sein Also ein, zwei Props Ach so, wieso fällig Meine Code ist 1 zu 3 I am ready Oh, ich bin schon fast Level 7 Ja, guck dir die an, die kriegen Ordnung und sowas 12 zu 2, 21 zu 3 Ist doch krass Kommst du mit aufs Dach? Ja, wo bist du? Ja, klar Ich geh übers Seil hoch Wo ist die Sniper? Hey Die Sniper ist doch aber geil Ah, ich hab sie Ah, ich hab sie Ach so Ja Weil ich ihn nicht getroffen hab Ich geh aber noch mal aufs Au Hast du die Seile jetzt auch gefunden Oder wie machst du's? Ich geh mal die Leiter Noll, ich muss gleich jetzt in die Leiter suchen Wo ist der Bastard? Ich hab euch Grenade-Larsher Ist klar Geh doch Ey, Mann Mir ist scheiße Die Grenades gehen nicht hoch Wenn man schon vorher tot ist Ja, genau Dann gibt er mir Obwohl Alter Ich hab jetzt schon so ne Scheiß-Große Ja Ich hab ehrlich gesagt Keine Ahnung Ob du vom Stockwerk hier Ganz nach oben kommst Was darfst du das nicht? Nein 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 Warum muss ich den Leiter nach oben? Irgendwo ist hier eine Leiter Nein Hier ist die Leiter von nach unten Ich bin voll aus der Metz gefallen Ach, nur das Seil Kommt Ich hasse das Ich hasse das wenn er so overbrows Ich bin jetzt schon tot Geil Oh, meine Quote 0 zu 5 Und was hab ich für einen Orden bekommen Ich hab irgendeinen Orden bekommen Aber was hab ich keine Ahnung Coast Effective Coast Effective Axuary 300% Was heißt das? Die sollen die Runde machen Machen noch mehr Dann geht morgen auf der Welt Ja Wir wollen das Spiel hier auch nur zeigen Wie scheiße es eigentlich ist Headshot Au Ich hab schon einen Kill Alter, die hocken alle auf dem Dach Und snipen Ich hänge in der Wand Ja, du Noob Oh, ich bin fast tot Da ist er abgestürzt Haha Ich hab so einen Noob abgeschossen Und der ist dann runtergefallen Loll Oh Gott, der ja mit Faith muss schlägen an die Wand Der snipet mich aus Gib ihm, komm Ich komm jetzt auch aufs Dach Oh, ich kämpfe gerade auf dem Dach gegen die drei andere. Die sehen mich wahrscheinlich gerade an, ich traue mich nicht mehr raus. Nein, dieser Kivalier zum Spaß, oder wie der heißt, er ist sniped immer noch oben. Aber ich habe einen anderen, der hier ist okay, der sieht jemand hier, der kann sich nicht mehr loslegen. Ich sehe hier noch keinen mehr oben. Wir kommen ja schon, zur Verstärkung. Ich glaube, der diesem Schild kann sich nicht verstecken. So, ich snipe jetzt auch. Ich habe einen rausgesliped aus dem Fenster. Ja. Ach gut, ich mache mir noch. Oh, ich habe mich nicht gesehen. Ja? Geil. Auf dem Dach. Da ist einer von uns. Bei grün ist der von unten aus dem Fenster. Das sind beide von unten. Ach so, irgendjemand Lampard. Ich habe noch einen gesniped. Ja. Hey. Ja. Du hast hier die Bremse. Nein. Boa? Ja. Ich bin einer der Besten. Geh mal raus. Ich bin einer der Besten. Boa. Ja. Geht mal raus, ne? Play Lost Paradise, Blue Bad Ja Ich bin rot Ach, ist schon zu Ende Ne, es geht jetzt los Bist du auch red? Ja, ich will Das ist so geil, ich finde Ah, auf der Map war ich noch nicht Ich sehe einfach so keinen Gegner Oh, ich habe mich spawnt einer Ich bin LOL Ich muss mir auf den Kopf zielen, ey Ich ziele immer auf den Körper, damit die Kugeln treffen Ja, geil, jetzt haben die Sniper, pass auf Hier liegt ein schlecht gebauter Billy 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 Ja, you killed something Cool Billy sang wie, ach der hat mich die ganze Zeit gekillt Ich habe eine Quote von 0,2 und du? Wie sie sich nicht treffen können mit ihren Snipers ist wenn du rumhüpfst Du schwimmst da auch gerade halb tot rum Du schwimmst da auch gerade halb tot rum Ja, nur Schuss, deswegen habe ich ihn gegeben Ich gebe ihm, ich komme Ich habe ihm gegeben Mit seiner Sniper Und du hast eine Sniper? Ja Die habe ich eingesammelt Alter Aber die snipen alle, das nervt doch Achso, ja, wir nehmen diese Sache nicht mit Standmikro auf, weil wir erstens einfach zu faul sind alles aufzubauen Und zweitens, weil das ein Fun LP ist Ja Oh, ich bin noch ein Sniper-Pon Wow Ich kriege aufs Maul von den ganzen Sniper-Pons Hahaha Hä? Ja, und ich habe eine Ich habe eine Gatling Ja, Gatling Power Wie, wetten ihr? Es gibt mir eine Das ist immer so eine geile Waffe Ja, jetzt ist sie weg Okay Oh, die Sniper-Pons sind so schlecht Ey, jetzt wurde ich weggeportet Ach, jetzt bin ich wieder da Mit ihren Sniper können die sich nicht immer noch... Wo bist du gerade? Nichts mehr Die alle hier Oh, ich habe mich gerade noch so gerendet, ne? Ich habe mich gerade noch so gerendet, ne? Ach, Mann, ey Können die nicht einmal aufhören zu snipen? Nun, das nervt Ja Ach, lol Ich weiß nicht, was die anders machen Ich schieße die doch auch ab Aber sie treffen mich vorher, oder irgendwie Okay Wie viele Kills hast du? Ich habe zwei Ich habe drei Ich habe einen Sniper gegeben Gegeben Wo ist die?